Hey Freunde! Ja, Black Ops 2 im Multiplayer. Toll. Nachdem der letzte Folge Waffenspiel war, wo ich Wolf episch, episch Lars gekillt hab. Ich hab so keinen Bock mehr auf die Spiele, ne? Ganz ehrlich. Ich spiel das nur aus purer Langeweile, weil ich sonst sterben würde. Wolf hat Langeweile. Nur deswegen spielt er dieses Drecksspiel. Ja, ganz ehrlich. Sobald Battlefield da ist, ey, vergiss es. Ich werde das direkt deinstallieren. Okay. Ja, da wir grad auf Nuketown spielen, werde ich hier jetzt mal einen auf Defensive machen. Warum hockt er da oben? Willst du mich verarschen? Hauptsache so einer wird nicht gekillt. Versteckt er sich auch noch, ey. Granate vor mir. Hauptsache ich baller ein Kumpel ab. Als wir hier andere Waffe in die Hand nehmen, weil meine Ska-Haare gleich leer ist. Ach schon. Zack, blutrünstig, hey. Bin stolz auf mich. Zack, nächster Kill. Noch 18 Schuss, dann war's das. Meine Fresse hilft mich doch einfach aus Blackhawks Hoden raus, ey. Zack, okay. Jetzt muss ich hier mit der Skorpion ran. Nein, das gibt's nicht, ey. 7-1, 7-1. So stolz auf mich, weißt du. Nächster weggeholt. S-Mine. Hallo. Na komm. Hallo. Nein, das waren drei Stück. Ich war zu unvorsichtig, das gebe ich zu. Das Skorpion aufgehoben. Wo waren die? Wow, was machen die denn hier? Sind die behindert? Wow. Epic Luck. Ah, ich hätt mich auf den... Ich hätt mich auf die vorderen konzentrieren müssen, ey. Oh. Was macht... Er springt und legt sich hin. Ey. So ne Leute, keine Ahnung. Ich finde, das ist... Das ist super. So ein Shooter, so... Ich meine, klar, soll jeder spielen, wie er will. Aber ich weiß nicht, ich hasse dieses Gehüpfe-Hin-Gelege. Ganz ehrlich, die hätten so ne Funktion einfach reinbauen müssen, dass das automatisch so ist, dass wenn einer sich hinlegt, dass man automatisch auf den Kopf tritt einfach. Wow, Double Kill, nice. Ich meine, so campen, okay, das sehe ich ja noch ein, weißt du. So warten, weil du Angst hast, weil du am Sterben bist oder so kurz vorm Tod bist, weißt du. Okay, aber dann dieses Hüpfen, Spring-Hinlegen, 360, Bam, Tod, Killen. Das finde ich alles ein bisschen... Komm mal. Obwohl die Skaha immer so stark geheißen wird, schlucken die Gegner von der immer ziemlich viel. Ich lade immer zu früh nach, das meine ich. Weißt du, ich habe ihm bestimmt drei, vier Schüsse auf den Kopf gegeben. In Ghosts werden die Gegner jetzt tot, weißt du. Pass auf, von hinten. Da, da, wie viel? Wie viel? Wie viel schluckt er? Habt ihr das gesehen, Alter? Wie viel schluckt er? Ey, das ist schlimm. Ist der auf dem Kopf? Vier, fünf, acht Schüsse, 20, 30, ganzes Magazin auf dem Kopf wahrscheinlich oder so. Willst du mich verarschen? Oh. Schon wieder angehittet. Hits in Assist nur. Zack. Ich meine, okay, vielleicht treffe ich auch einfach nicht. Kann auch sein, dass ich einfach nicht treffe. Shit, ich hätte hinter mir gucken müssen. Kacke. Na, komm. Shit. Mein Fehler. Was liegt hier? Ja, ne Teilform. Du wirst es verarschen. Alter, ohne Witz. Langsam fängt es an zu nerven. Weißt du, ich messe? Ich messe ihn vor. Ich messe ihn sogar vorher, Alter. Ich habe sogar verdammt nochmal gesehen. Und er misst mich einfach sofort krass danach. Ich habe keine Worte mehr für den Spieler. Ah, ein Schnaiper, der scoped um die Ecke geht. Ah. Ich meine, das ist ja noch okay. Mein Gott, soll er machen? Aber, ah. Scoped um die Ecke, ey. Da hast du halt 100% Trefferchance eigentlich. Einer ist im Sporten, Vorsicht. Ich hasse Menschen. Ich hasse Menschen, ja. Ja. Boah, krass die Sache. Boah, krass die Sache, ey. Okay. Ich habe eine 2. 2. Hast du getroffen? Hast du Last Kill gemacht? Guck dir das mal, wie behindert. Das lag mein Numiu. Bam. Okay. Ja, gut, eine 2. 2. 2. Ja, geht. Geht, Leute. Geht, Leute. Haut rein, bis ich nix mal. Tschüss. Ich will das Spiel sofort installieren. Ah.